Im Mai sind wieder ÖH-Wahlen und ich habe die wesentlichsten Infos für dich zu den Wahlen allgemein zusammengefasst. Bei den Wahlen heuer bekommst du zumindest drei Stimmzettel. Der erste Stimmzettel ist für die Studienvertretung. Das wäre in meinem Fall die Mastervertretung Volkswirtschaft Sozioökonomie 7 an der WU. Der zweite Stimmzettel ist für die Hochschulvertretung, also die Vertretung von der gesamten Hochschule. Das wäre in meinem Fall die Universitätsvertretung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und der dritte Stimmzettel ist heuer für die ÖH-Bundesvertretung. Die ÖH-Bundesvertretung ist die gesetzliche Interessensvertretung von allen Studentinnen und Studenten in ganz Österreich. Also nicht vergessen, von 19. bis 21. Mai sind wieder ÖH-Wahlen. Nutze deine Stimme, denn nur wer nicht wählt, hat nichts zu sagen. Hashtag ÖH-15. Untertitelung des ZDF für funk, 2017